Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind heute Abend. Zu unserer Auktionsschmuckform-Designer Otto Jakobs sein Frühwerk. Wir haben hier zwei Bieder aus Österreich. Stefan erhöht. Aktuell der Preis 1.500 Euro. Das ist wirklich sehr faszinierend gemacht. Das Gebot liegt mittlerweile in Frankreich. 6.500 Euro. Verkauft an Niccolo in Frankreich. Und ich werde den Zuschlag an New York geben. Verkauft an Caroline in Minnesota. Elisabeth, wiederum Michael Elisabeth. Es geht hin und her zwischen unseren beiden Bietern hier. Das ergibt immer wieder neue Einsichten, neue Designs. Es ist jetzt Ihre Entscheidung. Sie könnten Ihr Gebot erhöhen auf 2.200 Euro. Das ist ein sehr traditioneller Ring. 9.000 Euro zum Ersten. 9.000 Euro zum Zweiten. Verkauft an Peter in Baden-Württemberg in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. 12.900 Euro. 5.000 Euro.